We gonna put it all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rabbits... Unter meinem letzten Video habe ich einen Kommentar gefunden, in dem jemand geschrieben hat, dass ich mal Kamos Settings kopieren soll. Also ich denke mal, jeder von euch kennt Kamo, Ghost Kamo. Er ist auf jeden Fall einer der besten Controller-Spieler, wenn nicht der Beste. Dann hier noch der neue Shop, ist dieses Stranger Things-Paket drin. Ja, keine Ahnung, gefällt mir irgendwie gar nicht. Vergiss nicht, rechts unten im Shop, greater code, ARGNFN, nehmen. Und ja, ich würde sagen, ich suche mir jetzt erstmal die aktuellen Settings von Kamo heraus. Okay, also normale Empfindlichkeit hier hat er beides auf 700. Okay, dann zum Zielen 350, 500. So, dann Bau-Sensi hat er auf 1.801. So, hier 1.801 und das hat er auf 1.501. Okay, also Bau- und Edit-Sensi auf jeden Fall weit runter. So, hier. Okay, habe ich jetzt alles 700, 350, 500. So. Dann hat er noch Bearbeitungsziel-Erfassungshilfe aus. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall alles ein bisschen niedriger, als ich davor hatte. Vor allem hier fürs Editieren. Also ich stelle jetzt hier natürlich nur Sensi und so um, weil Keybinds werden viel zu kompliziert. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal in der Solo-Runde und schaue, wie ich jetzt spiele und ob ich so einen großen Unterschied merke. So, hier ist auf jeden Fall einer. Hey, wenn hier jetzt Minis drin wären, ne? Okay, das ist gut. Also eigentlich wollte ich auch noch die Todzone gleich einstellen, aber dazu habe ich nichts gefunden. Okay, gut. Ein Headshot. Was ist das für eine komische Waffe, Alter? Alter, was? Doppelläufige Schrotflinte. Hä? Ach so, wegen dem 14-Tage-Sommer-Dings da. So, ist hier noch irgendwo jemand? Oh. Fuck, da hätte er mehr treffen müssen. Nice. So, auf jeden Fall lieber Grau-Attack als Zielwaffe. Also jetzt zu den Settings, ich muss ehrlich sagen, ich merke irgendwie keinen großen Unterschied. Also es ist halt alles ein bisschen langsamer. Ja, mal gucken, vielleicht lasse ich es dann sogar so. Den hole ich erstmal. Alter, 2-AP. Hä? Hä? Alter, zum Glück hat er den Shot nicht getroffen. Wie viel hat er denn noch? Alter, war das knapp. Also irgendwie finde ich die Settings echt geil. Vor allem fürs Editieren, so niedrig. Nach dem Video überhalte ich die auch auf jeden Fall. So, ich kann warten. Der muss eh zu mir kommen. Hot. Hot. Eigentlich brauche ich den Loot. Ah, schwierig. Was hat der denn? Ah, okay, der hat Bandagen. So. Nein, nur eine Bandage. Ey, Mann. Alter, jetzt habe ich noch weniger Leben als davor. Ah, da unten ist ja noch das Lagerfeuer. Und ein Medikit. Perfekt. Perfekt. Der gönnt sich ein Shark Shark. Okay. Okay. Tickle. Den hole ich mir So, endlich auch der richtige Pump Okay, zwei Leute sind da noch So, endlich auch der richtige Pump Also keine Ahnung, ob ich mich jetzt irgendwie einbilde oder so Aber irgendwie fühle ich mich mit den Settings echt gut So, welchen Lootjobs soll ich mir holen? Da oder da? Ja, ja, ja Hm. Good girl. Oh, that's a trust in the midst. Let's go. What is this for a lobby? Alter, zum Glück ist die Zone unten. Hm. Let's go. Okay. 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 Das war das für eine Runde. Also war das knapp. Was war das für eine Runde? Ich hoffe, euch hat es für die gefallen. Falls ihr akut, ihr gerne hat noch umgelassen und vielleicht nicht abonnieren um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.